Musik Liebe TV-Überignal-Zuschauer, wir sind jetzt hier bei Style, Polygam-Mode und mehr. Hier in der Marktstraße 89 in St. Leon. Wir konnten schon sehr viele Kunden hier aus dem Ort, aus dem Nachbarort und aus dem kompletten Umkreis begrüßen. Wie zufrieden sind Sie mit der Bekanntheit hier in St. Leon? Ich bin überrascht, dass so viele St. Leoner und auch Roter hier bei mir im Geschäft sind. Auch der gesamte Rhein-Neckar-Kreis wird hier abgedeckt durch mich. Ich freue mich auch über die Resonanz, die mir die Brautboutique Nicole in Kielach schickt. Ja, ich bin glücklich hier zu sein. Wie viele Brautpaare über den Daumen gesehen haben Sie dieses Jahr 2015 schon glücklich gemacht? 70 Stück dürfen es schon gewesen sein. Insgesamt auch die Brautväter zum Teil, Trauzeugen, jüngere Geschwister konnten wir glücklich machen. Jetzt bezieht sich das Ganze natürlich nicht nur auf Braut und Hochzeit, sondern Sie haben bestimmt auch Gäste für Taufe, oder? Für Taufe speziell jetzt noch nicht. Wir haben aber auch natürlich Kunden für Abschlussball, Abiball und wie gesagt eben dann auch Brautväter, Trauzeugen und ähnliche Jubiläen, die immer wieder mal anstehen können. Es kann eigentlich jeder für jeden Anlass hierher kommen, oder? So ist es. Jeder Anlass wird hier bedient, auch jede Größe. Also man braucht sich nicht scheuen, wenn man jetzt nicht gerade diese Modelmaße hat. Sie kriegen bei mir in jeder Größe, von ganz klein bis stark, werden sie hier eingekleidet. Sie nähen auch selbst, richtig? Ich habe eine Schneiderin hier im Haus, und zwar nicht nur eine Änderungsschneiderin, sondern eine komplette Herrenschneiderin, die praktisch auch für, ich sage es mal, Problemfälle, für jeden das Passende schneidern kann. Und wenn jetzt die Braut hierher kommt, die wird von wem bedient? Die Braut wird natürlich auch von meinem Mann bedient. Sie können dann gerne hier ihren Schmuck zu ihrem Outfit noch aussuchen oder andere Accessoires finden. Sie haben natürlich auch Schuhe und Krawatten. Ja, die Accessoires beziehen sich auf Schuhe, Ledergürtel, auch auf Kleinigkeiten. Manschettenknöpfe wird jetzt auch wieder wertgelegt für den Bräutigam. Bis zum Portemonnaie finden Sie bei uns alles, was man brauchen kann für den Bräutigam. Die Kunden werden wunschlos glücklich bei Ihnen. Wir versuchen es auf jeden Fall, jeden Wunsch zu erfüllen. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Tschüss, bis zum nächsten Mal!